Mhm, mhm. Meine Unmods sind immer die besten. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich gebe mir immer sehr viel Mühe damit, aber irgendwie bin ich ein bisschen überfordert. Wir sehen da gerade Phantasy Franziska. Ich hoffe, ich habe deinen Namen nicht zu sehr auseinandergenommen. Die eine wundervolle Twitch Clips Germany Unmod einfach machen wird und dann nehmen wir einfach die. Dann nehmen wir einfach die und nicht meine. Finde ich gut. Folge 166 rein da. Das Einzige, was man bei diesem warmen Wetter noch machen kann, ist Twitch Clips Germany schauen. Viel Spaß dabei. Schaut auch gerne bei React Clips Germany vorbei. Da gibt es Reacts und verschiedenen Streamern. Oi, oi, oi. Da bin ich. Da bin ich. Link in der Beschreibung. Ich habe ihn nur zweimal gesehen. Frisch gemütliche Wäsche umkack euch dann in den Briefkasten. Bitte. Nice. Die Sache nur mit Razer ist, ähm, das Problem ist, er hat einen Stimmeverzehrer dazu benutzt. Wenn man möchte, dass jemand Twitch Clips Germany abonniert, dann muss man das mit eigenen Stimme machen. Das ist richtig traurig. Das ist richtig traurig. Ich kann das nicht. Ich möchte einmal an der Stelle ganz deutlich sagen, ich kann das nicht. Ich kann oben drauf drücken. Dann immer noch, warte ich. Das hätte ich nicht machen sollen. Nein. Holy fuck. Oh nein, was hast du gemacht? Oh! Jetzt bin ich raus. No, it's over. Ja, ne? Egal. Sind alle runtergefallen tatsächlich. Ja, aber... Geil. Ich bin wirklich beim ersten Hindernis einfach rausgefallen. Okay, wir gehen mal raus, oder? Wir sind noch drin. Ich hab verlassen gedrückt. Kann ich wieder rein? Ja, das ist ungünstig. Ich hab gedacht, für mich war das... Was? Das ist ja sehr, sehr, sehr ungünstig, wenn man in einer Gruppe spielt. Warm ist erst, wenn die Klobrille mit dir aufsteht. Ja, das... Äh, ja. Ja. Alter, ich krieg das nicht. Oh, Mann. Da, 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 da. Oh, Mann. Das ist so ein Schien. Oh, mein Gott. Weil, wie gesagt, da kommt... Unmünstig. Kenn ich aber leider sehr gut, dass man... Sachen nicht aufbekommt. Hier, lies mal, was auf Ihrem Schlüsselanhänger steht. Immer diese... Perversitäten hier. Nun. Und die viel... Der Kanal heißt nicht wirklich... Juan the fucker straight. Okay. Bück dich, empfehle ich dir, wenn du den Anglitz habt von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Bück dich noch einmal. Ja, ist das ein Legit-Musiktitel gewesen oder hat er sich das gerade überlegt, Chad? Wisst ihr das? Oh, Feli. Aber wenn man einmal zappt, dann zappt man ja nur einmal. Aber wenn man einmal zappt, dann zappt man ja nur einmal. Das ist, äh, das ist, das... Hä, war von Rammstein. Rammstein. Merkt, ich habe nicht viel Rammstein gesehen, oder? Gehört. Gehört. Man hört Rammstein. Oh, mein Gott. Ich bin ein bisschen... Bin ein bisschen unfähig. Twitch Clips Germany. Ich guck das ja nie. Ich hätte gesagt, das nur, weil es nicht gerade reimt. Äh, sie sind toll, die Leute. Ist das eigentlich nur einer? Ich glaub schon. Twitch Clips Germany. Ich wage es nie, eine Folge zu verpassen. Wann würde ich das machen? Nie. Twitch Clips Germany. Ich fände das halt richtig cool, weil er halt einfach, wenn man ihn waded, direkt so kleine Lieder über einen so kurzzeitig komponiert. Das ist immer sehr cool gemacht. Oh, meine Fresse. Das ist ja unangenehm. Können die auch schwimmen? Wie sie alle absaufen. Diese kleine Explosion an Blut ist echt gruselig. Blackbeat, the water's on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Boah, gerade bin ich so enttäuscht. Ich bin gerade so enttäuscht. Da fehlt was. Da fehlt was. Oh, mh. Unangenehm. Sad. Mh. Ihm nicht. Ihm nicht. Was hat denn da gefehlt? Ja, die Line. Die wichtige Line in dem Lied. Es wurde halt einfach, es wurde bei dem Lied gerade eben von IFA halt einfach nicht der Refral gesungen. Und der Refral hittet halt. Hast du nicht noch so ein Kabel? Für sich da bin, ist die Kamera ausgefahren. Aber dann, ja, das wäre geil. Stell dir vor, ich schaffe es, den Controller anzuschließen und dann steigt die Kamera aus. Und ich bin mir achtmal unter den Tisch gerobbt. Da muss doch ein USB-C da sein, oder? Boah. Ich weiß nicht mal, was für ein Lied das war. Das war Wunderbar. Was? Was shit ist denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, ich muss sagen, Kabelsalat als Steamer ist halt aber auch nochmal Next Level Shit, wenn man als Steamer halt nochmal sehr viel mehr Shit hat. Also, kommt halt nochmal um einiges mehr mit dazu. Muss man halt wirklich leider an der Stelle sagen. Und dementsprechend sind Streamer, die ein geiles Kabelmanagement haben, für mich einfach Götter. Ja. Ich verbinde das Gute mit dem Nützlichen und besuche in der Woche meine Eltern in Deutschland. Das ist natürlich nice. Das ist richtig nice. Gleich so ein Wisch mit einem, sag mal, ein Abwasch mit, nee, ein Wisch mit einem Abwasch. Ein, ein Abwasch mit einem Wisch? Sag mal das so? Irgendwas, irgendwas wischt man halt und dann hat man alles in einem. Wie heißt dieses Sprichwort? Ich weiß es auch nicht. Wisch, alles in einem Aufwasch, auf, 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 zähl mal Wischung weg. Einem Abwasch, in einem Wisch erledigt. Dankeschön, Dinkelberg. Alles in einem Abwasch. Ey, das klingt aber immer noch nicht ganz richtig. Bin ganz ehrlich, klingt immer noch nicht ganz richtig. Alles erledigt. Mit einem Wisch. So. Wisch. Fertig. Ja, ja. In einem Abwasch. Was kostet nochmal das 9-Euro-Ticket? Ja, bald nicht mehr 9-Euro-Ticket. Pups, kurz vor you. Hello, my gui-gui-gui-guys. Willkommen zum nicesten, 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 scheißesten, nicesten, nicesten Stream-Areno-Ticket. Mann. Ein Jan-Baum gefällt mir, ja. Mal komm ich online und dann seid ihr auch da, aber eigentlich mag ich euch nie. Ich mag euch, ich mag euch, ich mag euch, Chad. Trotzdem glaubt ihr mir doch auch meine Lügen, denn ihr seid in mich verliebt. Was für ein wahnsinniger Mensch. Ich frage mich, ob man sowas vorschreibt oder ob das dann improvisiert ist. Ihr fragt mich das, ich weiß das nicht, kann es euch nicht beantworten, aber irgendwie finde ich es nice. Mensch, der ein goldgerahmtes Porträt von sich selbst hinter sich hat. Was für eine arme, hinterhältige Sau. Was für ein armes, egomanes, narzisstisches Dreckschwein. Dann hat er sich häufiger hier, hat er sich irgendwie so dreimal, also, was zur Hölle, das könnte auch er sein, ne. Dem kann man nicht trauen. Dann, dann denke ich so, oh, Aufmerksamkeit und als Katze denke ich so, Aufmerksamkeit, da muss ich den Fernseher nicht beißen. Hallo feine Katze. Fühlst du dich jetzt angesprochen? Oder angeschaut? Ich könnte jetzt einfach... Das war mir ein bisschen unangenehm. Ja, gerade ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut. Unangenehm realistisch, ja. Also da finde ich ihr Katzen-Cosplay, da kriege ich gerade keine, ähm, kriege ich gerade keine, keine, keine Gänsehaut. Und noch eine TCG-Reaction machen. Kann ich entspannt das noch angucken. Und dann, dann können wir schön ins Bett machen, ins Bett machen. Munde-Export für Schimpi noch kalt gestellt, denn man ist durstig, obi, ob ganz viel Liebe an Zimmermarözi nur kleiner als drei, 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 kleiner als vier. Kleiner als vier? Wieso ist denn Sonja noch da oben? Geh weg! In Fort! So! Herzlichsten Dank! Hallede! Ah! Lach! Ah! 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 Wo ist dein Kopf? Ein Suki. Suki, wo ist dein Kopf? Suki braucht keinen Kopf. So kam es, dass er immer wieder die Maul-Utensilien seiner Frau... Maul-Utensilien... Maul... Mull... Maul... Maul-Utensilien... Ma... Maul... Maul-Utensilien! Boah, der hat auch bei mir gerade richtig, richtig, richtig lang gedauert, muss ich zugeben. Eine Güte! Das ist halt wie ein Kind, das einen Kopf durchs Geländer steckt oder so. Es ist einfach... Guck mal, da bin ich! Ich glaube, wir haben Charming einfach verloren. Es ist wirklich... Kata, zieh mit! Zieh! Ich geh frei! Ziro! Was hast du dir denn gemacht? Wir probieren gerade, sie zu retten. Das war die coolste Rettungsaktion, die ich jemals hatte. Mach die... Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, das ist ja... Oh mein Gott, das macht mich so glücklich! Das war... Es fühlt mich gerade mit Vorfreude. Denn wisst ihr was? Genau das gibt es anschließend. Nach den Füch-Clubs react gerade in meinem Livestream. Dann spielen wir nämlich wieder mit Ziro, mit Charming und mit Barbecue. Und ich finde, das ist schön. Oh, by the way, da ich ja jetzt eine PS5 hab, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich meine gehört zu haben, dass wenn man Marvel's Spider-Man spielt auf der PS4, dass man da mit dem alten Schauspieler von Peter Parker spielt und auf der PS5 mit einem, der ein bisschen optisch mehr so aussieht wie der neue Schauspieler. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann der Chat einfach mal ganz kurz ein Ja oder ein Nein, wenn sie das wissen, reinhauen. Aber der Marvel-Spider-Man-Game-Dinge ist übrigens was, was wir bald spielen werden. Also den zweiten Teil. Den ersten haben wir schon gespielt. Auch wenn ich ein bisschen den Drang hab, weil ich den aktuellen Schauspieler echt cool finde, das einfach nochmal zu spielen. Aber vor allem war das Spiel halt auch witzig. Ja, Chat schreibt ja, also kriegen wir da auch wahrscheinlich den neuen Schauspieler. Wird nice. Die Dame auf dem Auto. Was zur Hölle. Was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert? Geht's dir gut? Rettungsaktion muss gestartet werden. Ziehe an ihrem Bein. Was ist da denn passiert? Ja. Wie kann die denn hier sein und dort? Das geht doch gar nicht. Du warst ein böses Mädchen. Ja, natürlich. Ja, Baby, ram mich. Oh Gott, das geht genau. Oh Gott. Da heißt so. Er heißt so. Und er hat mich ge... Also er ist in mich reinge... Oh Gott. Das wird ja spannend. Jetzt ist es zu. Ja, toll. Ja. Wer fällt drauf rein? Wer ist der einzige Idiot, der darauf reinfällt? It's me. It's me. Mein Mod. Mein Mod ist im Besitz von Dirk Neuenfels Unterhose. Ist das nicht geil? Atem auf den Toaster. Komm. Ja, komm schon. Spring raus. Los jetzt. Du willst mich ärgern, ne? Aber du riechst doch schon so gut. Spring doch jetzt raus. Ich rede mit dem Toaster. Es fällt mir gerade selber auf. Ich bin on stream und rede mit einem Toaster. Es geht bergab mit mir. Ich bin on stream und rede mit komischen Wörtern, die von meinem Bildschirm aufploppen. Einmal den Mund weit aufmachen. Jetzt hat er. Das ist unser Ende. Das ist unser aller Ende. Katja. Das ist der Report in 3, 2, 1. Katja. Pogschirm, Katja. Können wir kurz Pippi-Pause machen? Ich muss super dringend pinkeln. Ich weiß, diese ganzen Pausen machen nicht fertig. Es tut mir leid. Es läuft heute irgendwie ein bisschen komisch. Hab dich lieb. Wen jetzt? Dich. Achso, danke. Und dann hat man das Ziel erreicht, dann braucht man ein neues Ziel. Das ist ja aber auch das, was das Leben ausmacht. Man hat irgendwie nie ausgezielt. Wisst ihr, was ich meine? Bist du wirklich so hübsch? Weiß ich nicht. Was denkst du, bin ich hübsch? Wunderschön. Ich bin gespannt. Was, 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 was. Ey, Dianna, das kannst du keinem erzählen. Digga, was ist das? Hallo, ich bin im Fernsehen. Ich grüße meine Mama, mein Papa und meine Eltern. Bist du auch so nervös wie ich, wenn es kurz hakt? Wenn es kurz hakt? Oh, das ist normal. Ich würde lügen, wenn ich nicht auch einfach mal diese Situation gekommen bin, dass mir eine Flasche halt so ausgelaufen ist und ich mir so dachte, scheiße, 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 scheiße. Was ist das, was, 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 was. Das ist ja Ultrasmart. Umweltschonend einfach Spritsparn. Äh. Einfach fliegen. Ich habe nur einen wilden Finger. Ja, einen wilden Finger. Den haben sonst eigentlich Männer, oder? Javi! Zieh dich hoch und dann an dem Haus abschlagen. Dann springst du wieder auf. Ja, nein! Halt dich fest! Halt dich fest! Halt dich fest da dran! Halt dich fest! Oh! 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 Halt dich fest! Du machst das extra! Ich zähle das ganz genau! Halt dich fest! Halt dich fest! Zieh dich jetzt auf! Zieh dich da dran! Ich kattest dich da! Alter! Gibt es auch nicht! Geh ich da ließ! Mann! RIP! 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 Das finde ich der alte Sack von Twitch Clips Germany! Ja! Gut, da gibt es viele alte Säcke! Ich bin einer davon! Ja! Gefällt mir! Nee! Ist grad echt nicht gut! Brauchst du ein Mad Kit? Ist wichtig! Döner! Ja! Döner! Döner! Ja! Tschö! Tschö! Oh mein Gott! Das war ja die wichtigste Frage meines Lebens! Danke Frau! Wow! Also laut Twitch Clips Germany! Soll das funktionieren, dass du diesen Salat auf den Tisch haust! Ja! Und dann soll das Punkt rausgehen! Ja! Trommeln will! Mit Schwacke! Okay, warte! Ich bin überzeugt! Du schaffst es! Du schaffst es! BAM! BAM! Das funktioniert irgendwie nicht! Das macht den Salat eher kaputt als den Strunk! Das ist gar nicht! Also ich weiß nicht! Es gibt diesen Moment, wo man sich auch einfach irgendwann so denkt... Funktioniert halt nicht! Ist halt so! Keine Ahnung! Greifegrad stimmt nicht! Funktioniert nicht! Was auch immer! Ist halt nicht in Ordnung! Aber nein! Man macht weiter! Denn es hat zu funktionieren! Wenn es auf Twitch Clips Germany vorgefallen ist! Ja ja! In welchem Universum das ist? Ja! Denn wenn dieser Punkt überschritten ist, dann funktioniert es! GG! Sobald sie das Exit-Gag öffnet, geht sie raus, statt mich zu holen! Was? Für eine Bitch! Oh mein Gott! Wie kann man so eine... Oh! Oh Gott! Bei der medizinischen Fußpflege Tinker! Dann glaube ich passiert hier der erste Fehler! Hier sind schon die Brüste, der Rest ist alles gephotoshoppt! So! Und dann sind das hier ihre Beine! Weil! Hier ist nämlich noch ein Mensch! Anders kann ich mir das nicht erklären, wie das funktioniert! Und der Mensch läuft nämlich so! Da sind die Arme! Und das sind die Füße! Ich glaube, anders kann das nicht funktionieren! So sieht es wirklich aus! Warte, wie geht das? Das macht mich gerade richtig fertig! Ist das die Capital Bra-Version? Ich blicke auf, zu deinem Fenster, mit müden Augen, ganz traurig und scheu! Ich bin hier oben, auf meiner Wolke, ich seh dich kommen, aber du gehst vorbei! Nein! Dann bleibt Zeit offen, dann regnet es halt rein! Ja, ein bisschen regnet! Und das war auch noch mal aus Holz! Nein! 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 Was genau habe ich getan? Was hast du gemacht? Bob, was hast du? Emotional damage! Ja, das ist schwierig! Was passiert hier? Warum? Du hast die Physik verändert! Du hast die Physik verändert! Das tut mir leid! Das tut mir leid! Blöd finde ich auch, dass man kein Tier hört! Was für ein Timing, Alter! Casual bis dato spielen! Warum seid ihr alle nackt? Mann, lass es doch! Was ist denn mit euch? Wir spielen ein asiatisches Spiel! Warum hast du was an? Nein! 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 Im Flug! Ich sch... Oh mein Gott! Biss aber auch ein kleiner! Ja! Boah! Ehrensache! Ernsthaft! Uff! 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 In so einer großen Höhle! Ähm! Entschuldigung! Ja! Ich muss kurz kacken gehen! Ich komm gleich wieder! Wo kommt denn das hier? Wird sie Carilo auch noch erwischen? Ja, Carilo muss jetzt natürlich sich erstmal heilen! Oder laufen! Oder beide! Was? 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 Ich hab überlebt! Weil du ne Stimme eh nicht verstellt hast wie Otto? Du meinst so? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Otto das erfunden hat! Mr. Morgame klingt immer so! Warte mal! Ich glaube auch! So! 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 Wir gucken weiter! Ich versuch das jetzt! Das kommt vielleicht eher von Kermit, aber eigentlich ist es eher eine Art die Stimme zu verstellen, die jetzt nicht ungewöhnlich ist! Und vor allen Dingen, ich kenne keinen, der bei Vodafone ist, der nicht irgendwie gefühlt alle vier Monate mindestens sagt, boah, ich hatte schon wieder Durchfall! Äh, Ausfall! Ich kann dich da nicht heben! Okay, den fand ich wirklich quutsch! Ich hab den Smoke, ich smoke dich ab! Bleib hier! Bleib stehen! Bleib da, bleib da, bleib da bei der Smoke! Oh! Das war keine Smoke! Das ist nicht! Das ist nicht okay, Kay! Wichtiger als dein anderer Job! Das sind ja völlig neue Töne von dir! Digga! Man kann sich viel ändern! Katschinga, mein Ehem am Sterben! Siehst schon wieder weg aus! Na ja, hi! Ja, das kann zwar mal hintereinander passieren! Na ja, scheinbar! Guck dir das an, wie ich hier durchrasiere! Ich schreien! Ey! Alter! Digga, Junge, euer Gras, ne? Das ist das flauschigste Gras, was ich jemals gesehen habe! Und dann sagen sie ja, ne? Wir sind voll stolz auf unser flauschiges Gras! Und dann küssen wir uns und dann machen wir Kinder! das ging schnell mal die wo sind deine ansprüche ich bin aber irgendwie irgendwie verstehe ich so wird das ablaufen wenn ich jemals die die entwickler treffe von dem spiel ich habe gerade etwas grundlegendes herausgefunden ich bin dumm in diesen nöppels hier war die gucken guck auf meine maus falls du die siehst und nein jetzt sehe ich sie wirklich und der macht einfach guck mal über diesem über dem wasser das sieht aus wie so ein zahn das meistverkaufte videospiel der welt ist es gibt so viele möglichkeiten scheiße das hatten wir schon so häufig ja mein kopf meine fresse minecraft minecraft schon so oft und es entweder immer das eine oder ja ich helfe euch sogar ich sage es ist minecraft oder titel ist und ich entscheide mich für tetris beides oder exakt die gleiche zahl exakt die gleiche zahl noch ein anderes wildes game im retten das ist falsch ich sag tetris das habe ich gesagt das ist auch falsch guck mal wie viel es war doch aber mein gewöft ne chat es war doch mein kopf ich meine könnt ihr eben mal schnell googeln ich gerade eher so ein bisschen schwieriger ich rolle chat roll 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 wurde das in eurem komischen let's plays nicht gemacht ich habe wollen aber tut mir leid roll 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 ich bin dann ich danke euch für den ganzen support ihr seid die allerbesten und liebsten und kikiriki und das film wieder an der stelle beendet aber wie macht man den skill nein 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 ich habe er gedrückt und bei er passiert das warum heilige scheiße wir haben es geschafft ne dank unserer monster truck lifen diese schrimp schrimp auch so und nein 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 tinker akku sagt nein obsession trabajando Tir gibt W 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 Starke Folge hat mich abgeholt. Vielen lieben Dank, Klappi, für diese Folge. Außerdem hat alle, die es noch nicht wussten, Twitch Clips Germany hat einen neuen Kanal. Ich weiß ihn gerade nicht, aber es gibt einen neuen Kanal. Dementsprechend kann dem hier, glaube ich, immer noch folgen. Aber es wird einen neuen Kanal geben. Vielleicht hat Klappi dazu auch einfach ein Video hochgeladen. Nein, hat er nicht. Ich kann euch leider nicht sagen, wie er heißt. Aber Klappi hat einen neuen Kanal. Informiert euch, ist wichtig. Tschüss.